Das ist Julia. Julia besucht die Julius-Leber-Schule. Wie viele andere bestellt Julia vieles online, da es einfacher und schneller geht. Aber Julia fragt sich, wie die Produkte eigentlich so schnell zu ihr nach Hause kommen. Wie findet diese ganze Transportkette statt? Dafür sind die Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung zuständig. Die Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung sind ein wichtiger Teil der ganzen Logistikbranche. Doch was müssen diese genau machen? Die Spediteure organisieren, bestimmen und verfolgen den Verlauf des kompletten Transports. Ohne diese Tätigkeit könnte Julia nicht mehr online shoppen. Jeden Tag werden Millionen von Gütern von A nach B transportiert. In dem Beruf trifft man auf die verschiedensten Branchen der Kunden. Mal ist man für den Transport für Pferde zuständig. Mal für die Autoteile eines Mercedes. Oder für die Klamotten, die in deine nächste Boutique eintreffen. Doch wo kann man überall arbeiten? Du kannst in vielen Bereichen der Logistikbranche arbeiten. Ob Flugzeuge, Schiffe, Züge oder LKWs. In diesem Beruf kannst du auf all diese Verkehrsträger treffen. Ob am Internationalen Flughafen London, am größten Seehafen Europas in Rotterdam, wohne in der nächstliegenden Spedition bei Jumie-Ecke. An allen Orten der Welt triffst du auf Karrierechancen. Was solltest du für diesen Beruf mitbringen? Interesse an Organisation und Kalkulation. Englischkenntnisse, Zuverlässigkeit. Und was deinen Schulabschluss angeht, kannst du hier sehr flexibel sein. Ob Hauptschulabschluss oder Abitur. Hier findet jeder seinen Platz. Julia ist fasziniert von dem, was die Kaufleute für Speditionen und Logistikdienstleistungen alles leisten und hat sich entschlossen, jetzt auf www.diewirtschaftsmacher.de zu informieren. Auch du willst ein Teil einer wichtigen und sicheren Branche sein mit einer sehr guten Karrierechance? Weiterhin deine alltäglichen Produkte bequem in deinen gewohnten Geschäften und Onlineshops einkaufen? Dann informiere dich genau wie Julia und bewirb dich jetzt als Kauffrau oder Kaufmann für Speditionen und Logistikdienstleistungen.